Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Kaiser Mario 64. Wir sind stehen geblieben, da haben wir einen Stern geholt und zwar aus dem... Tja, von der Rutsche da halt. Ne, haben wir gar nicht, das war auch nicht von der Rutsche, das war von dem Wasserding. Ich geh zurück in Welt 1, weil... ...ich tot bin. Perfekt. Ach, ich lande hier draußen. Ah, weg! Meine Fresse, ich bin im Schloss gestorben, wie kann sowas passieren? Ne, das war jetzt peinlich, das mach ich nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Mann. Okay, komm, komm, komm. Komm! 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 Alter! Jetzt geht er einfach rein, ey, ist scheißegal. Alter, das ist so heftig, diese... Warum spiele ich das? Warum tue ich mir sowas an? Nein, das will ich nicht machen. Oh, zum Glück ist es hier wenigstens Münzen. Eigentlich gibt es auch ein Herz, stimmt. Hallo? Was soll der Scheiß jetzt hier? Da oben ist eine gewesen. Denke ich auf jeden Fall. So, gehen wir erstmal da rein! Nein, danke. Für gar nichts. Ah, gerade bin ich... Ich mach's immer im rechtzeitigen Augenblick, irgendwie. Weiß auch nicht wie. Okay, auf dich pfeife ich mal gekonnt. Und da oben ist... Nein! Jetzt pfeife ich wieder auf dich gekonnt. Setze ich hier ein Safe State und... Alter! Ja! Speichern? Gut. Die schon mal sicher. Wo haben wir hier noch... Ups. Wo haben wir hier noch welche? Hier ist keine, da ist keiner. Okay, okay, okay. Hier ist nirgends so keiner. Hier ist nirgends so keiner. Okay. Also hier gibt's... Eigentlich keine der Stellen Münzen. Hallo? Okay, danke. Die Kameraperspektive wollte ich eigentlich haben. Okay. Okay, okay. Sind nicht viele Kettenhunde. Sind immer noch nicht viele Kettenhunde. Nein, sind total wenig. Oh Mann, Alter. Hilfe. Ich hab das Gefühl, ich muss diese Kanone benutzen, um... ...an eine Sternmütze ranzukommen. Und zwar an die da hinten. Ja, das kann sehr gut sein. Dann probiere ich das gleich auch mal. Und? Ja, vollo. First try. Locker weg. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter, geht mir weg mit diesen ganzen Kettenhunden. Warte, nein, nein. Au. Alter. Nein. Nein. Jetzt geht er verdammt nochmal... ...drauf. Komme ich auch an die Sternmünze? Äh, an die Sternmünze. An... ...ja, ich glaub schon. Ich muss nur richtig zielen. Der ist auch komplett daneben. ...ja, ein bisschen runter. Ja, vollo. Safe! Weg, 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 weg. Danke. Das war Nummer 3. Nummer 3, Nummer 3, Nummer 3, Nummer 3, 3, 3. Oh, nein, nein, nein. Ha. Oh, ich, Idiot, ich komme hier gar nicht lang. Dann gehe ich nochmal zurück. Nochmal zurück, nochmal zurück. Am besten durch den Baum. Da oben drauf. Das zieht sich alles voll in die Länge. Ich frage mich nur, warum. Ich habe außerdem keinen Plan, wo diese ganzen Stern... Äh. Ich sage immer Sternmünzen, wegen Super Mario Brothers und so. News of a Mario Brothers. Ah, da. Ah. Nein. Okay. Und. Danke. Und direkt in den Kettenhund rein. Nein, danke. Das war Sternmünze Nummer 4. Sternmünze, rote Münze Nummer 4. Mann. Oh, 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 oh. Oh, da sehe ich noch eine hängen. Und ich habe keinen Plan, wie ich da dran soll. Moment, ich probiere es mal damit. Warum hat diese verdammte Kanone so einen scheiß Flammenwerfer? Das ist uncool. Ah, okay. Dann mache ich es so. Dann mache ich es so, dann mache ich es so. Hopp. Oh, danke. Das war lieb von euch. Nein. Fick dich. Fick dich. Das gibt es nicht. Wo sind die anderen Sternenmünzen? Ich weiß es nicht. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh, da ist noch... Sternenmünzen. Ich habe schon wieder Sternenmünzen gerade gesagt, ne? Wieso? Sechs. So. Und jede verdammte rote Münze bringt mich wieder nach unten. Ja, hallo. Boah, das ist doch knapp. So, hier sind wir wieder. Nein. Was ist eigentlich mit dem Teleport? Warte. Habe ich das nicht schon ausprobiert? Ach. Wo lande ich denn? Geiler Scheiß. Oder ungeil. Wie auch immer. Wie auch immer man das definieren mag. Und 100 Münzen muss ich, glaube ich, hier auch noch sammeln. Aha. Super. Ich habe jetzt noch eine rote Münze im Kopf. Die letzte weiß ich nicht, wo sie ist. Das wird wohl ein bisschen Sucherei... Sucher. Sucher. Wieso klappt der Sprung hier nicht? In Super Mario Sunshine kann ich den Sprung super. Hä? Aua, aua, aua. Okay. Wieso klappt er nicht? Dieser, dieser, dieser Seitwärtssprung da. Wieso klappt er hier nicht? Wenn ich will. Ups. Oh. Eins. Zwei. Tschüss. Danke. Tschüssi Kowski. Auf Wiedersehen. Ein schönes Leben als runder Hund. Das war so nämlich. Ich mach's gleich nochmal. Eins. Zwei. Drei. Auch dir ein schönes Leben. Bis demnächst. Und tschüss. Das ist echt krank. Echt krank. Wo bin ich? Ah. Nochmal. Warte. Nochmal. So. Zwei. Drei. Eine Frage. Wie komm ich jetzt da ran? Ich mein, die Kettenhunde hätten auch nicht viel mehr geholfen, oder? Oh nein. Nein. Sag mir nicht, ich komme da mit dem Flughappen Mario dran. Nein. Entweder klappt das jetzt mit dem Dreiersprung oder gar nicht. Danke. Nummer sieben ist auch drin. Ja, hier hab ich gerade gar nichts gesehen. Ich hab keinen Plan. Wo die letzte rote Münze sein könnte. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Vielleicht schließe ich mich mal auf die Insel und gucke, was da abgeht. Warte. Ich gucke mich mal ein bisschen um hier. Ich gucke mich mal um. Ich gucke mich um. Ich gucke mich um. Ich sehe nichts. Okay. 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 Oh Mann. Oh Mann. Ich sehe schon was auf mich zukommen. Ei. Danke. Hallo. Danke für den Schock. Wie komme ich da rein? Wow. Schieben. Was steht hier drauf? Hier, who stands within the Thora. Was? Ah, verstehe ich. Verstehe ich ehrlich nicht. Oh Mann. Wo ist die letzte rote Münze? Wo ist die letzte rote Münze? Wo ist die letzte rote Münze? Wo könnte sie nur sein? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Wo diese sein könnte. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Anstatt nur so rumrum zu bellen. Ich will jetzt endlich eine Sternen haben. Wo ist die letzte Münze? Wo ist die letzte Münze? Hast du die letzte Münze? Nein, das hast du nicht. Du bist ein blöder, böse Wicht. Wo ist die letzte Münze? Weiß es nicht. Komm schon, sag es mir jemand. Sonst schlage ich es dir ins Gesicht. Wo ist die letzte Münze? Wo ist die letzte Münze? Wo ist die letzte Münze? Schlag dir ins Gesicht. Das durft doch verdammt weh. Wo ist die letzte Münze? Nee. Hab doch schon sieben gefunden. Wo kann sie nur sein? Ich sehe... Da ist sie. Da ist sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja. Ich hab sie auf jeden Fall im Visier. Ob ich sie kriege, ist was anderes. Ich geh mal da rein. Au. Ja, ich geh mal da rein. Ich hab sie gerade irgendwo... Da ist sie. Da ist sie. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Da ist sie. Ja. Perfekt. Ja. Okay. Eins. Zwei. Oh, was war das? Ich hab schon wieder die Kamera verstellt, Idiot. L1. Äh, L1. Nein, Kamera. Normalo. Jetzt muss ich nur mit dem Stern dran. Ja. Ja. 6. Tttt. Tttt. safe and continue. Und ich würde sagen, Mario verabschiedet sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Racker dich mit verschiedenen Aufgaben hab Und frustriere total Und mach Safestays am Ende Bis demnächst und tüdelü